Das sind unsere Stars von WOW! Die Stimme ist ein sehr empfindliches Instrument und deswegen muss sie langsam aufgewärmt werden. Zodat jij me straks al kennt. Of dan ben ik net onderweg. Ik weet dat liefst zal stralen als een stem! Wow! 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 Hier ben ik. Und ich will singen, wie ich bin, hier bin ich. Ich singe, so dass ich mich nachts auch kenne. Auch wenn ich nicht unter mir weg ist, ich weiß, dass ich sie sträte als ein Stern. Hier bin ich, und ich will singen, wie ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020